Wie soll das der Rausch übernessen? Noch mal ein Blick hier für die Kamera. Also das sind gute... Gute eineinhalb Kilo. Nett oder? Ist ja nett anzuschauen. Mein Schnubbeli Puppeli Papp. Ich freu mich drauf Leute. Ich hoffe ihr freut euch auch drauf. War ja schon ein Clip oder was? Clip erstellen.